Herzlich willkommen zum Microsoft 365 Tipp. Heute geht es darum, dass wir uns über SPF, DKIM und DMARC unterhalten. Ich befinde mich im Microsoft 365 Admin Center. Ich navigiere zu den Settings und dann zu den Domains. Anschliessend rufe ich die benutzerdefinierte Domäne auf, wechsel.cloud. Und dann schauen wir uns die DNS-Records an. Da wurden DNS-Records gesetzt, und zwar beim Provider, in meinem Fall ist es GoDaddy, zum Beispiel der sogenannte SPF-Eintrag. Wir sehen hier den Eintrag SPF includes und dann spf.protection.outlook.com. Was bedeutet dieser Eintrag? Dieser Eintrag hilft, dem sogenannten Domain-Spoofing entgegenzuwirken. Das heisst, ein E-Mail-Server kann den DNS-Eintrag überprüfen und kann verifizieren, ob dieser SPF-Eintrag vorhanden ist. Dieser SPF-Eintrag ist nichts anderes als, dieser DNS-Name wird übersetzt, und dann kann der empfangende E-Mail-Server verifizieren, ist die richtige IP-Adresse enthalten im entsprechenden Namen. Was meine ich damit? Ganz einfach, wir werden das schnell testen. Wir suchen da ein Werkzeug, und zwar zuerst einmal starten wir unsere favorisierte Suchmaschine, und dann verwende ich SPF und dann Check. Nun navigiere ich zu diesem Werkzeug, und wir geben den Domänen-Namen an, wechsler.cloud. Dann, ich bin kein Roboter, zumindest heute nicht. Dann die Traktoren auswählen. Wo gibt es sonst noch Traktoren? Da gibt es einen Bestätigen. Und jetzt wählen wir hier DNS-Validieren aus. Und jetzt wird der Name aufgelöst, bzw. es wird der SPF-Rekord gesucht. Und wir sehen, es gibt keine Probleme mit dem SPF-Datensatz. Und das ist der SPF-Datensatz, den wir gesehen haben im Microsoft 365-Portal. Und jetzt sehen wir die erlaubten IP-Adressen. Das kann also der E-Mail-Server überprüfen. Stimmt die IP-Adresse mit dem gesendeten, beispielsweise eben DNS-Namen überein, mit wechsler.cloud. Das ist einmal in Ordnung, aber das hilft nicht weiter. Das ist ein erster Schutz, aber das ist nicht vollumfänglich. Da gibt es ein weiteres Element, das ist DKIM. DKIM ist eine Möglichkeit, um einen zusätzlichen Schutz zu SPF zu integrieren. DKIM steht für Domain Keys Identified Mail. Und in diesem Artikel gibt es eine tolle Grafik. Wir sehen beispielsweise contoso.com, das ist der Mail-Server. Es wird ein Mail gesendet, hier an woodgrovebank.com. Da kann SPF noch in Ordnung sein und die DKIM-Signature kann ebenfalls überprüft werden. Aber, jetzt stellen Sie sich vor, ein Mitarbeiter leitet das Ursprungs-E-Mail von contoso.com weiter an outlook.com. Der Mail-Server von outlook.com kann den SPF-Eintrag nicht mehr validieren, weil der Empfänger hier bekommt das weitergeleitete Mail mit dem ursprünglichen Absender contoso.com. Darum passt der SPF-Eintrag nicht mehr. Da kommt die DKIM-Signatur zum Einsatz. Der Mail-Server kann die DKIM-Signatur überprüfen und dann entsprechend handeln und weiss dann, okay, es ist ein legitimes Mail. Wir gehen weiter nach unten und hier erhalten Sie dann die Schritte, wie Sie DKIM einrichten können. Das ist ganz einfach. Sie müssen zwei DNS-Records eintragen bei Ihrem Provider, dort wo Sie die Domäne hosten. Und es beginnt mit dem Selector 1 und Selector 2. Also korrekt würden dann die Einträge so aussehen, so wie Sie es hier sehen. Selector.underline.domainkey und dann der Wert, den Sie eingeben müssen. Das sehen Sie hier, entsprechend für Ihre Domäne. Und dann den zweiten Wert ebenfalls angeben. Anschliessend können Sie die Konfiguration abschliessen, wenn Sie zum Security-Center wechseln von Microsoft 365. Also navigieren wir nach unten. Dann wählen wir Security und Compliance aus, bzw. security.microsoft.com heisst es neu. Diese beiden Center wurden getrennt. Jetzt muss ich da das Setup überspringen, warte da bis das Portal da ist. Und jetzt sehen Sie, das Portal hat die URL security.microsoft.com. So, schliessen wir da die Werbung. Ja, ich habe das alles gesehen. Ist in Ordnung. Vielen Dank. Wir navigieren zu Policies and Rules und dann zu Threat Policies und dann ein wenig weiter unten finden wir DKIM. Hier können wir die DKIM-Konfiguration durchführen. Hier können Sie diese Funktion einschalten. Aber ganz wichtig, bevor Sie diese Funktion einschalten, beispielsweise für Ihre benutzerdefinierte Domäne, müssen Sie unbedingt diese beiden DNS-Einträge bei Ihrem Provider, dort wo Sie die DNS-Zone hosten, müssen Sie diese Einträge gemacht haben. Sonst funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt hier wechsler.cloud aufrufe, dann erhalte ich die Meldung, no DKIM-Keys saved for this Domain. Ich brauche diese beiden Text-Einträge bzw. diese beiden TXT-Einträge, damit DKIM hier aktiviert werden kann. Gut, DKIM ist aber auch nicht das allumfängliche Mittel, um DNS-Spoofing, Domain-Spoofing zu unterbinden. Da gibt es ein weiteres Werkzeug, das ist DMARC. DMARC baut auf, auf SPF und DKIM. Sie müssen also beides im Einsatz haben. Warum braucht es nun das auch noch? Das möchte ich Ihnen an diesem Beispiel erklären. Wenn Sie ein E-Mail erhalten, gibt es immer die sogenannte Mail-From-Adresse und es gibt die From-Adresse. Im E-Mail-Client sehen Sie aber immer nur die From-Adresse. Also, beispielsweise, wenn jetzt SPF im Einsatz ist. SPF überprüft normalerweise immer Mail-From. Da kann ein Angreifer, kann ein SPF-Eintrag einrichten für diese Domäne. Also, der SPF-Eintrag wird überprüft, alles in bester Ordnung, obwohl es ein Angreifer ist. Dann, der DKIM-Eintrag wird ebenfalls im Mail-From überprüft, also auch wieder bei dieser Domäne. Und das kann ein Angreifer ebenfalls konfigurieren. Er kann diese zwei DNS-Einträge setzen, DKIM aktivieren, also alles in bester Ordnung. Und jetzt kommt eben DMARC zum Einsatz. DMARC, das ist ebenfalls ein DNS-Eintrag, den Sie konfigurieren müssen bei Ihrer Zone. Aber DMARC überprüft das From-Feld, bzw. den Domänennamen im From-Feld. Und wenn Sie, bzw. solange Sie der Administrator sind von Ihrer Domäne, können ja nur Sie diesen DNS-Eintrag erstellen. Und dann kann DMARC eben diesen DNS-Eintrag überprüfen für die Domäne, die im From-Feld ist. Und so haben wir die Möglichkeit, einen zusätzlichen Schutz zum Domain-Spoofing einzurichten. Sie erhalten hier in diesem Artikel den Weg, wie Sie diese Konfiguration durchführen müssen. Welchen TXT-Eintrag Sie setzen müssen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können dann Werte setzen. Hier haben Sie den Policy-Wert. None bedeutet, dass Sie das Monitoring durchführen. Und dann können Sie angeben, wohin beispielsweise E-Mails gesendet werden sollen für dieses Monitoring. Das sehen wir hier und das sehen wir hier. Sie können hier auch Restrict einsetzen, aber das würde ich in einem ersten Schritt nicht empfehlen. Beginnen Sie mit Monitoring, damit Sie wissen, wie sich das verhält für Ihre Organisation. Sie sehen unten in diesem Artikel sämtliche zusätzlichen Beschreibungen, was es bedeutet. Wenn Sie hier eben die Werte setzen von Domain, von TTL, von PCT, das ist die prozentuale Zahl, die Sie angeben, und eben Policy spezifiziert, was Sie machen. Eben None beispielsweise für Monitoring. Und das sehen Sie hier, die entsprechenden Beispiele. Ich werde Ihnen diese beiden Links, die ich jetzt in diesem Video verwendet habe, als Textdatei zur Verfügung stellen. Ich werde das verlinken mit meinem GitHub-Account. Dort finden Sie dann diese beiden Artikel. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, warum es wichtig ist, eine kleine Verteidigungsstrategie in die Tiefe aufzubauen, wenn es um Domain-Name-Spoofing geht. Es beginnt mit SPF, mit DKIM und endet mit DMARC.